Was geht ab, Leute? Heute ist es soweit. Wir schauen uns endlich mal die Top-Shredder-Momente auf der ganzen Welt an, Freunde. Es wird auf jeden Fall heute mega heftig, deswegen lasst auf jeden Fall gerne schon mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr davon noch mehr sehen möchtet. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant, denn wir haben heute zum ersten Mal Lava vs. Shredder, was wir noch nie hatten, Freunde. Gleichzeitig ist das auch noch eine Nicht-Befriedigt-Sein-Challenge. Das heißt, wir haben drei Leben, Freunde, und ich würde sagen, wir gehen rein ins Video. Let's go mit so einem Volleyball hier direkt am Anfang. Der auch direkt ein interessantes Geräusch macht, muss ich sagen. Oh mein Gott, selbst hier... Alter, okay, selbst die ganzen Teile hier werden voll... Oh, die Reiswaffeln, Leute, wie es jetzt handelt, aber ich... Guck mal, gut, die sehen natürlich schon ein bisschen vergammelt aus, glaube ich. Also ich denke mal, Essensverschwendung, ja, kann man sich drüber streiten. Ihr könnt immer gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon handelt. Also, wenn es natürlich schon abgelaufen ist, oder das irgendwo gekauft wurde, wo es schon abgelaufen war, dann ist noch mal was anderes. Und auch die Glühbirnen, okay, also im Grunde ist es alles Verschwendung, Leute, aber es hat einfach... Es hat seinen eigenen Zweck, ne? Oh, auch die Ping-Pong-Bälle. Oh, Leute, oh mein Gott. Auch sehr interessant. Hey, wie soll denn ein bisschen ein Glas kaputt gehen, ne? Also hier wird auf jeden Fall die Kohle... Oh, 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 oh. Ja, mal gucken. Oh, die wurden anscheinend nicht mehr kaputt gemacht, ne? Und oh, hier diese Orbi-Bälle. Oh mein Gott, die Orbis. Die Orbis, wie sie kaputt gemacht wurden. Oh, 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 wow, wow, wow. wow, okay, okay, sehr, oh, was ist das für ein Ding? Was ist das? Das haben wir jetzt hier. Und zack, alter, okay, da macht ihr jetzt mal ordentlich was rein, okay, oh. Ähm. Okay, auch mal die CD ist kaputt gemacht, ich bin mal gespannt, wann das Ding kommt, was uns voll wegflaschen wird, was so richtig so Oh, genau, das meine ich, wenn genau so ein Ding kommt, ja toll, wir haben direkt schon Leben verloren, Freunde. Also, wir haben noch zwei Leben, ey, ich sag's euch, das ist halt alles zu heftig, Freunde, alter, guckt euch mal bitte schon das grad an, ne. Einfach hier diese Glühbirnen und so, weggeballert, Freunde. Ich will auch gerne so eine... Nein, die Kopfhörer! Oh, das waren sogar... Was sind das denn welche? War das... Welches waren das, Leute? War das... Oh mein Gott. Standhalten! Stand... Oh Gott, okay, es ist nicht komplett. Wäre dann auch mal... Der Griff wäre dann weggegangen, dann wäre es auf jeden Fall kritisch gewesen. Nein! Okay, das ist, äh... Warum will ich jetzt auch so einen Schredder haben, Freunde? Ich will jetzt auch am liebsten so einen Schredder haben, dann... Oh! Wir kennen sie alle! Oh! Die von früher, die teile, Freunde. Und jetzt... Nein, das... Formel 1 Auto! Nein! Nein! Oh! Oh Gott! Ey! Okay, und nochmal hier der... Der Rest, ja? Geht da rein? Ne? Doch! Nein, doch! Nein, doch! Nein! Doch! Okay, er ging auch nochmal rein. Auch nicht schlecht, Freunde. Ui, Alter! Die Erdnüsse, Mann! Was ging denn da ab, Alter? Was sind denn das für Schläuche? Hä? Oh, oh! Boah! Okay! Oh nein, auch der Zauberwürfel, Freunde. Ich sag's euch, heute sind auf jeden Fall echt die krassesten Sachen am Starten. Selbst hier wird so ein kompletter Teller. Alter! Wie der komplette Teller ja gerade kaputt gemacht wird, ne? Der Ar... Ey, das ist aber echt cool. Du hast jetzt halt auch nichts an. Wo ist die Alufolie hin? Und warum hat diese Kokosnuss... Ah! Ah! Halt Stand, Kokosnuss! Du schaffst das! Halt Stand! Halt Stand! Lass die... Nein, lass ich nicht cracken! Oh mein Gott! Oh, die Kokosnuss, Freunde! Und sie wird aufgegessen, oder? Ja, und... Und weg! Ja, 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 ja. Weg ist sie, Freunde. Und das war's auch mit der Kokosnuss. Ey, das sind echt die krassesten Momente, ne? Och, der Tennisschläger! Alter! Okay! Oh no! Die ganzen M&M's nicht! Oh! Ich wollte gerade sagen, werden da überhaupt viele gecrasht, oder werden die einfach nur durchgedrückt? Aber werden anscheinend schon ein paar so gecruncht, ne? Hey! Der Playstation-Controller auch nochmal voll reingeworfen, Freunde! Ich glaub's da nicht! Ey, wird hier alles gerade kaputt gemacht, ne? Und das auf jeden Fall auch kaputt jetzt hier. Aber ich bin gespannt, wann die Lava kommen, Freunde! Also, wenn die Lava kommt, dann werden wir locker auch ein Leben verlieren, weil es mir schon voll angenehm ist, wie die Lava so langsam zerdrückt wird und... Ey, der macht da sogar selbst so eine Stanley-Säge rein, Alter! Ja, okay! Auch nicht schlecht! Komm, was kommt als nächstes? Irgendwas Cooles als nächstes? Na! Oh! Okay, hier so eine Bürste! Oh, Alter! Da muss man aufpassen, ne? Oh! Gibt's nochmal reingetan, das Ding? Hebt das auf... Ja! 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 So will ich es nämlich sehen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, also die Bürste, ja... Ist, äh, weg! Oh, ach, sie hat bald... Alter! Alter! Ähm... Okay, okay, okay! Alles wurde gerade weggehauen? Ähm... Das Wasser... Oh nein! Oh! Guck mal hier, wie das alles zerstört wird! Ey, oh mein Gott! Okay, also das wurde auf jeden Fall auch jetzt wieder zerfetzt! Oh mein! Ey, da musst du auch vorsichtig sein mit dem Glas, Leute! Ohne Spaß! Da musst du ja mega vorsichtig sein damit! Nicht, dass es da irgendwie... Dass da noch irgendwas kaputt geht oder sowas, ne? Und so kommen hier ein paar Zahnstecher rein! Sehr gut! Ey, ich sag euch Freunde, das wird auf jeden Fall... Ich sag dir, vielleicht wird was kommen, dass wir locker wieder ein Leben abziehen! Ich seh schon kommen, dass jetzt irgendwas richtig angenehmes runtergerattert wird! Okay, Glüppeln jetzt nicht unbedingt! Oh, Alter! Ich will gar nicht wissen, was das für ein Müllhaufen da sein wird, ne? Ey! Was ist das denn? Hä? Wow! Nein, die Klobürsten! Wie er die da reingestopft hat! Okay, also... Gut, die eine wurde noch nicht ganz gegriffen... Jetzt wird sie gegriffen! Okay, ich denke... Guck mal, das Ding ist, wenn einmal so ein Teil gegriffen wurde, ne? Dann wird es komplett zerstört! Dann wird es, äh... Oh! Oh! Blub, blub! Oh mein Gott! Oh! Oh, es geht perfekt rein! Boah, das war der perfekteste, Freunde! Also da muss ich mir direkt noch ein Leben abziehen! Also ein Leben haben wir jetzt noch! Alter Schwede, Freunde! Okay, was haben wir jetzt? Irgendwie so grünen Schleim oder so was? Äh! Äh! Okay, grüner Schleim war auf jeden Fall auch nicht schlecht! Jetzt komm, wo bleibt die Lava? Wir wollen die Lava! Oh, jetzt passiert es endlich mal, Freunde! Und zwar wird jetzt hier die Lava reingehauen in den Schredder! Und mal gucken, wie das Ganze aussieht! Und... Eww! Einfach jetzt mal da rauf und mal gucken, was passiert, Leute! Ob das jetzt hier so... Oh mein Gott! Er verteilt das sogar echt perfekt, ne? So muss man das verteilen! Aber sie wird direkt geschreddert, ne? Alter! Das sieht ja mal so heftig aus, Freunde! Boah! Okay, man muss schon sagen, sehr, sehr krass gemacht, ne? Auch wie das hier denn einfach zertrennt wird! Aber ist dann schon ein heftiger Schredder, ne? Muss man ja so gesagt haben! Der Schredder ist auf jeden Fall bombmäßig, Freunde! Ich würde sagen, das sollte das von dem Video gewesen sein! Ich würde euch jetzt gefallen, dass gerne ein Like und ein Abo da! Wenn ihr noch mehr sein möchtet, Checkt gerne die beiden Videos hier aus! Wenn ihr noch rein, bis morgen! Ciao, ciao!